Der Serientest-Sieger NERV AL überzeugt mit seiner erstklassigen Ausstattung. Steile Anstiege auf dem Trail oder bergab, die Fox Float CTD Federelemente sorgen dafür, dass du immer mit der idealen Einstellung unterwegs bist. Schnell und einfach wählst du je nach Fahrsituation zwischen Climb, Trail oder Descent Modus aus. Die Druckstufe passt sich automatisch an. Die innovative Boost-Wolf-Technologie gibt dir das Gefühl von deutlich mehr Federweg am Heck. Schläge werden besser geschluckt, Landungen werden noch sanfter. Auch beim Einsatz auf anspruchsvollem Terrar sind präzise Schalten und eine ruhig laufende Kette dank Shimano XT-Schaltwerk mit Shadow-Plus-Technologie selbstverständlich. Mit den Ergon GA1 Griffen hast du auf Trails und steilen Abfahrten immer volle Kontrolle. Auf längeren Etappen sorgen sie mit ihrer ergonomischen Form für ein angenehmes Fahrgefühl und Entlastung. Die Shimano Deore XT-Bremsen des Nerf 9.0 sind absolut zuverlässig und die Bremskraft ist optimal dosierbar. Wer viel auf Trails unterwegs ist, hat mit dem Nerf AL 9.0 und dem Nerf AL 9.0 SL noch mehr Fahrspaß und Komfort. Die RockShox Reverb Staff Sattelstütze kannst du einfach und bequem vom Lenker aus auf die optimale Sitzposition einstellen. Die leichten DT-Spline Laufräder sind mit 22mm Felge etwas breiter und geben dir noch besseren Halt und Traktion in den Kurven. Mit dem Ergon SM30 EVO bietet das Nerf AL 9.0 SL zudem einen ergonomisch optimierten Sattel. Du sitzt nicht nur bequem, sondern durch effiziente Übertragung Deine Kraft auf die Pedale bist Du schnell und bleibst auf langen Strecken leistungsfähig. DVD-Sichern und Schnell-Titel-Schnell-Gart Dirk-Bremsen auf die Pedale Bremsen des Nerf Calim-Gartes Dirk-Titel-Gartes Dirk-Bremsen Dirk-Bremsen